Oh shit, ich bin... Oh, komplett daneben. Oh, ich hab zum Schluss den Fokus verloren. Total abgedriftet. Ich muss natürlich den Fokus behalten. Konzentrationsschwäche. Komm schon. Das ist so blöd. Okay, es muss kein Headshot sein. Es muss einfach nur fokussiert sein. Wer der Stern rettet dich, Kollege. 100%. Fuck yeah! Haha, dieses Mal richtig. Schön in die Schulter. Ich hab gesehen, wir haben sogar noch eine kleine Uhr, wo wir ein bisschen Zeit haben, so richtig schön zu zielen, wo wir ihn schießen möchten. Okay. Okay. Wissen wir für das nächste Duell. Oh ja, das war's. Ehrenhaft getötet. Checken wir die Fähigkeiten. Null Punkte. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter. So, was ist passiert? Gerrit hat dich verabschiedet? Ja. Nachdem ich da kam, der Mann hat mich mit seinem Kult. Und die Kinder verabschiedet? Für eine Handvoll heißes Blei. Los geht's. Es ist wichtig, zu wissen, dass ich nur mit Billy bin, sodass ich den Mann hinterher war. Gefängnis von Lincoln. 28. April 1881. Vier Monate nach der Festnahme von Spilbass. Er war die Mannschaft von John Kinney. Er war die Mannschaft von John Kinney. Und sie wurden von Billy als Regulatoren gebetet. Warum warst du hinter ihm? Ich verabschiede dem Mann ein Kult für das, was er mir und mir getan hat. Er war die Mannschaft von Meist. Entweder all I got from myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Ancrant Smith. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Doch ziemlich ehrenvoller Gangster Wenn er uns schon hilft Na aber hallo Da haben wir schon wieder unseren Nugget gefunden Billy the Kid Das ist wirklich super interessant eigentlich Billy war ungefähr 1,73 groß Schmaler Statur Hatte blaue Augen Blonde Haare Wäre auch lustig wenn es umgekehrt gewesen wäre Ich muss irgendeine Waffe Ha perfekt Guckt euch das Baby nun mal an Billy through the window And he yelled that I should take to the rooftops to make my escape So I did Oh shit Haben wir den an die Pfand genagelt Was denn sonst Habe ich schon gesagt Dass das verfluchtepisch ist Das ist so epic Wir blasen die einfach nur so weg Gedärme überall Wo ist jetzt hier der Unterschied Ich glaube Es ist doch quasi das gleiche Bam Okay Shotgun Ist so ein Ziel Komm immer die Dächer Wow Shit War was Oh mein Gott Ich wollte da rüberspringen Und dann kamen die Planken dahin Was zum Henker Okay Renn 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 Man trau mir ein bisschen mehr den Planken Dankeschön So schnell geht das So viel Shotgun munition Aber ich muss ne Runde mitmachen Boah 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 Okay Genug Hühnchen Zeit für Shotgun Ich hab das wir nicht so springen können Das ist richtig episch noch Oh yeah Ihr werdet alle Zur Hölle fahren Voll Ladung Man das Ding das fetzt Das ballert weg Das ist Wahnsinn Wir müssen aber auch natürlich ein bisschen näher dran Wie die kurz in der Luft stehen bleiben Mit dem Bluteffekt Wahnsinn So Das werde ich ganz bestimmt tun Wenn du sagst Ganz 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 bestimmt Das Arschlo ist doch da oben Sag ich doch Ich geb dir den Rest mit der scheiß Pistole hier Okay Okay Let's fucking do this Volle Ladung in den Ball So much lead was whizzing by my head It was like everyone in Lincoln Wanted to put me in the ground I knew I needed to find a hole Though I never did have a great fondness For those four-legged grass eaters Smelly, sweaty, ungrateful place Oh fuck Let nach wie der Blitz Schießt wie ein besoffener Medizinmann Aber ist ja halb so wild You are going to hell Eigentlich fahren wir ja zur Hölle Und wir nehmen dich mit So sieht's aus But where was the kid While you were busy getting shot at Gone And that's when it occurred to me Why Billy said we're free Oh shit Erstmal upgraden Okay Ähm Ja Ich guck grad Revolverheld Ranger Scharfschützer auf großer Distanz Trapper Nahkämpfer Können wir eigentlich auch schon was Wir können tatsächlich was upgraden Okay Ähm Nahkämpf vielleicht ein bisschen später Was haben wir hier noch Das ist quasi alles pistolenmäßig Okay Und das ist quasi Der Baum scheint mir Shotgun mir nicht zu versen Egal Wir kulesen einfach mal durch Visieransicht Verlangsamt die Zeit Okay Finde ich super Ähm Ich werde einfach kreuz und quer upgraden Ist doch super egal Hauptsache wir haben ein bisschen fun hier Wichtigste überhaupt So I could be a hapless decoy And draw attention While he snuck out of town Ah Da können wir wechseln Oh Shit Kann ich die Pistolen auch hier lassen Ich kann nur ein Gewehr mitnehmen Okay dem gehen wir noch nicht schon Cause they all thought I was Billy And all that blame would fall on him Meanwhile Deputy Bob Ollinger Was organized a posse To put me down He was already a mean son of a bitch But he was doubly pissed That I stole this mean ass shotgun Anyway It was me or them And only way forward Let me straight to perdition But the cards were dealt And I had no choice But to play them Krieg mal gewagt Die shotgun ist wirklich verflucht böse Ein so'n Schuss in den Bauch Die Fetzen weg Und das Blut spritzt Überall hin What up Ah In die Seite Hey 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 Hier bin ich Oh Jetzt war getroffen Wie wär's Mit einer Ladung Und Ich könnte auch 5000 mal sagen Wie epic das ist Guck mal Das kriegst du zurück Das hat weh getan Ja ich auch Ich komm gleich zu dir Moment Ein bisschen viele oder Moment 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 Jetzt geht die Phase erstmal richtig los Na ein paar konnte ich erwischen Nope I got this Biatch Boah hat das nichts gebracht Super ungenau Moment 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 Guck mal Beweisen Was für ein genialer Schütze wir sind Trifft nicht Trifft doch Finally I found What I was looking for The stables On the edge of town I guess Billy Saved your ass Taking out Bob Olinger The way he did Billy Didn't kill Bob Sure he did Dispatched him right after He shot Deputy Bell No sir Because Bob came right up behind me Angry as hell That Billy had lit out Hello Bob I said I think you better let me go And he says I don't think so boy Not with my shotgun So we stood there In the middle of the street Eyeball to eyeball Onseine es ist du er He intended to kill me And I knew I had no choice But to defend myself Ich Finde wir sollten eben Auf die dicke Plauze schießen Die guckt so wunderschön raus Genau in den Bauchnarben Okay Konzentration Passe mit A und D Deine Handposition an Um schneller zu ziehen Wow Lass du kontrollieren Das ist schon ziemlich Komisch Hallo Gehst du in den Fokus Wenn du deinen Herzschlag hörst Kannst du deine Waffe Zuerst ziehen Das wird jedoch Als unehrenhaft betrachtet Und entsprechend gewertet Dann warten wir noch ein bisschen Oh shit Ich wollte den Kopf treffen Fuck Zum Schluss Das ist wirklich so ein bisschen Komisch Weil das ist so schwammig Ich wollte noch ein bisschen Rüberziehen Hab den aber wieder In die Schulter getroffen Nächstes Mal bleibe ich am besten In der Mitte Und ziehe einfach nach oben Dann kann ich den besser In den Kopf schießen Okay Übung macht den Meister So where'd you go after Lincoln Mexico Until I realized Nobody was looking for me I ended up taking a job At the rurales The Mexican rurales I was hired to help them Track down the cowboys The most vicious outlaw gang In Cochise County Curly Bill Brocious Johnny Ringo Led by old man Clannend himself They must have paid you A pretty penny To take him I'm a brazen Not really But truth be told I had my own reasons For going after those boys Eine Kugel für den Alten Ich hab so das Gefühl Dass er die mit den Zähnen fängt Zerkaut und ausspuckt So was the bastard You were after now Riding with the cowboys Roscoe Bob Bryant Was his name Oh But no This time It was a different bastard I was after The aforementioned Mr. Ringo And yes He was working For old man Clannend I came upon them Robbing a stagecoach Which wasn't surprising Being they were such Murderous thieves And bastards The bandits wore red scarves So I knew they worked For the old man Over there There